Hallo und herzlich willkommen! Es ist mal wieder soweit für eine wunderschöne, gemütliche, ruhige und entspannende Wohlfühlfaktor-Rätselrunde, bei der wir Wunder, Wunder, Wohlfühl schön rätseln. Wie man sehen kann, ist hier hintergründig ein bisschen was anderes hinter mir, vordergründig, weil ich mich nicht zu Hause befinde. Und ja, dementsprechend würde ich mal gleich anfangen, bevor ich hier rausgeschmissen werde. Nein, 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 das natürlich nicht. Ein Lyriker. Fangen wir doch mal mit dem Poeten hier an. Bücherbord. Was ist denn Bücherbord? Ist das was am Schiff? Ähm, nein, nein, äh, so, ähm, besonders, speziell würde ich jetzt einfach mal sagen, ist das. Äh, nee, nee, speziell ist es anscheinend nicht, äh, aber das P stimmt trotzdem. Ähm, demzufolge. Also. Ist es aber nicht, ist es aber nicht. Huch. Es hätte also sein können. Ähm, hervorheben. Hervorheben. Werden wir mal sehen, ähm, ich, ich versuche mal woanders noch hinzusehen. Datei. Ist ein File. Ja. Also wenn irgendwo was mit Englisch steht, dann kann ich das relativ sofort immer eintragen. Die Sprache kann ich komischerweise. Heringsart. Ach, schon wieder so eine, weiß ich doch jetzt gerade nicht. Oh, gucken wir mal. Eine Fleischscheibe. Ist damit... Nein, Wurst ist damit nicht gemeint. Hm. Steak? Ein Steak. Das meinen die damit. Ja, das macht auch mehr Sinn. Äh, Wertpapiere. Falls mir jemand ein paar Gute empfehlen kann, ich werde die Empfehlung nicht annehmen, weil, äh, Aktien, die mir empfohlen werden, sind sowieso schon mal generell... Also, lasst euch niemals irgendwo Aktien empfehlen. Das funktioniert nicht. Der Aktienmarkt ist genauso random wie, äh, Würfeln. Skandinavischer Männername. Ja, weiß ich noch nicht. Ein-Mann-Packung beim Militär. Oh Gott, äh, 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 wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Ich weiß es noch nicht. Kriegen wir vielleicht noch hin. Äh, eine Showgröße könnte ein Star sein. Ja, ist auch so. Der Abschiedsgruß ist Ade. So ausgesprochen, Ade. Äh, Tonträger könnte zum Beispiel die LP sein. Nein, die CD. Wir, wir hätten jetzt auch chronologisch weitergehen können, dann wäre da noch die MP. Aber, der Schwur ist ein Eid. Eine Bassin. Ja, das, das spricht man so. Das ist nämlich, äh, eine Frau, die Bass spielt. Nein, natürlich nicht. Ähm, Geburtsnarbe. Was war denn das nochmal? Also, ich weiß, was, äh, was das hier ist. Das ist ein Bassin oder, wie man es bei mir, äh, also da, wo ich herkomme, früher ausgesprochen hat. Bassin. Ähm, ich glaube, das war definitiv nicht so richtig, aber es ist ein Becken. Genau. Oh, wir haben mal wieder mein Lieblingswort dabei. Ah, schön. Schriftstücke. Schriftstücke. Luftreifen. Hm. Wassersportart. Abkürzung für eine Wassersportart. S-U-Irgendwas. Ähm. Lateinisch Ich ist erstmal. Das muss man ja wissen. Das ist das Ego. Nein, das ist einfach nur Ego. Ähm. Jagdbeute. Ein Fund ist es sicherlich nicht. Ähm. Es ist hier witziger Spott wieder als Ironie gemeint. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Eine Spitze ist es anscheinend auch nicht. Gibt es auch. Ah, okay. S-S stimmt schon mal. Na dann lassen wir das da auch mal stehen. Fliederfarben ist natürlich lila. Äh. Naturdünger. Naturdünger. Also mir würde da einiges einfallen dazu. Ähm. Erstmal anregen. Ermutigen. Klappt nicht. Klappt nicht. Frauen-Code-Name könnte wieder Ina, Ide, Ina, Ide, Ine. Wie auch immer. Ähm. Fußbodenbretter. Oh Gott. Wie heißen die denn? Laminat und sowas. Äh. Aber da gibt es noch was anderes. Hm. Demzufolge könnte auch Ergo sein. Ah. Natürlich. Natürlich. Ist hier vielleicht speziell nicht gemeint. Aber spezial? Wow. Also das, das finde ich schon, das, das finde ich komisch. Das, das ist für mich tatsächlich... Schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, kann man auch so nehmen. Das ist ja auch okay, aber... Trotzdem. Also ich würde bei sowas auf ein richtiges Adjektiv und nicht auf so eine... So, so wie... So, so ein Wort wie extra. Extra, Spezial, äh... Big Döner... Spe... Nein, was... Ja, ich muss bei Spezial tatsächlich manchmal an Döner denken, weil er auch in dieser, äh, Form... In... Äh, es sagt ja auch keiner Döner besonders. Wollte ich nur mal so sagen. Äh... Eine Einfahrt ist ein Tor anscheinend hier. Bücherbord ist dann wieder mal das Regal. Ja, ja, kann man auch für andere Sachen, ähm, benutzen. Okay, oh, hier, äh, sehr cool, äh, einwandfrei ist auch Ast rein. Ähm, Betonen ist hervorheben. So. Äh, Anregen... Ja, anscheinend auch wieder was mit an. Hm. Ah, die Fußbodenbretter sind hier im Fall, äh, in dem Fall die Dielen. Äh, die Geburtsnarbe ist der Nabel. Jetzt haben wir es, jetzt hab ich's. Und dann ist es dann wahrscheinlich... Jina? Anna? Ich glaub nicht, dass da ein I hinkommt, aber da kommt ein I hin. Okay, ja, Mensch. Biochemischer Wirkstoff. Könnte ja alles möglich erstmal sein. Dopamin, Adenin, nee, äh, astronomischer Begriff. Machen wir erstmal das. Astronomisch. Ähm. Planet, Mond, Sterne. Äh, All. Puh. Puh. Ah, jetzt weiß ich, was das hier ist. Äh, animieren. Anregen ist animieren. Okay. Äh, trotzdem bin ich hier gerade. Ah, der witzige Spott ist die Satire. Natürlich. Ähm. Ähm. Astronomischer Begriff. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Äh. Äh. Noch, noch weiß ich's nicht so ganz. Aber kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch hin. Indisches Wickelgewand. Äh. Ja, das ist ein, äh, äh, ha, oh Gott. Oh Gott. Wie hieß das nochmal? Irgendwas mit AI. Also, Sadi, Hadis, Padi. Mann. Ach. Ich glaube, ich glaube, also hier kommt ein A hin. Aber mehr weiß ich auch gerade nicht. Also ein Fadi, Kadi ist es nicht. Obwohl, ich geb das jetzt einfach mal ein und, äh, gucke. Ja, das A ist richtig. Das A ist richtig. Das, das hätte ich mir denken können, ja. Eine Garnitur. Was ist denn eine Garnitur überhaupt? Ähm. Machen wir erstmal was anderes. Bindewort. Und? Nee. Und ist es nicht. Gesetzmäßig. Ach so, ja. Das ist schon mal. Versuchen wir es mal mit als. Als ist das Wort. Ja, ja. Ähm. Schriftstücke sind die Akten. Luftreifen. Ja, okay. Pneu. Das ist das. Dreschabfall ist bestimmt dann Streu. Nee. Äh. Äh. Ja, dementsprechend. Die Spreu. Ah, natürlich. Ja, klar. Deswegen heißt es ja die Spreu vom Weizen. Äh. Trennen. Und nicht das Streu vom, äh. Weizen trennen. Ja, natürlich. Natürlich. Macht Sinn. Ähm. Die Jagdbeute. Die Jagdbeute. Was könnte das sein? Also erst mal, äh. Also erst mal, äh, das was ich hier gerade mache. Fail. Fail. V. Irgendwas mit V. Ich probiere erst mal die, äh. Die, die, die Vokale durch. Okay. Der Fang ist das. Oh, weia. Oh, weia. Und hier habe ich gerade, keine Ahnung, was, äh. Gnano. Gnano. Guano. Echt? Was ist denn? Also ich, ich muss bei Naturdenken, Dünger an ganz andere Sachen denken, äh. Aber Guano sagt mir da gar nichts. So. Wo können wir denn jetzt weitermachen? Noch eine Ein-Mann-Packung beim Militär ist mir immer noch nicht so ganz bekannt. Also jetzt wird es tatsächlich schwierig. Haben wir irgendwo was, wo nur ein Buchstabe fehlt? Ne, es fehlen überall mindestens zwei. Ich mache mal erst mal den Hering und trage da einfach irgendwas ein. Alse? Alse. Ich glaube, die Heringsart, die hatten wir schon mal irgendwo. So. Äh. Eine Garnitur ist sicherlich kein Akt. Hm. Ähm. Das wäre jetzt mies. Okay. Wie, wie hieß denn das? Seelack. Ne, Seepack. Seerack. Seefack. Entschuldigung. Tack. Zack. Wack. Seesack. Der Seesack. Natürlich. Wer kennt ihn nicht, den Seesack. Hm. Ich muss jetzt gerade mal... Was ist denn das jetzt wieder? Satt. Ein Set. Oh, Mann. Äh. E-Mann. E-Mann. E-Fa. E-Pa. Ein-Mann-Packung. Okay. Ja, ich dachte mir auch, dass es hier irgendwas, so eine Abkürzung ist, einfach für Ein-Mann und Packung und so. Aber E-Pa. Also ich hätte jetzt E-Mann-P gesagt, aber E-Mann-P geht ja nicht. E-Mann-P ist ja schon was anderes. Okay, äh. Per ist der skandinavische Männername, aber ich dachte, der wird eigentlich eher mit Doppel-E geschrieben oder so. Aber gut. Äh. Äh. Sari? Sari hieß das Ding. Ja, endlich mal was, was ich doch wieder wusste, nachdem das R da war. Ja. Ja. Sari heißt das indische Wickelgewand. Merkt euch das am besten. Äh. Ich guck mal, ob ich wieder ein Bild dazu einfüge, weil hier passt das ganz gut. Vielleicht auch mal eins zur Alse. Hm. Biochemischer Wirkstoff. Hm. Machen wir mal erst mal hier weiter. Das ist definitiv keine, kein, äh, solches Wort. Hm. Hups. Gucken wir mal. Ah, okay. Ähm. Was könnte das für ein astronomischer Begriff? Ist die... Leute, da, da stimmt ihr mir doch wohl zu, oder? Das ist, äh, Bullshit. Das ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Wir fühlen uns ja hier überall wohl, aber ich finde, dit ist Bullshit. Zeit als astronomischen Begriff zu bezeichnen. Also, als physikalischen Begriff würde ich noch sagen, aber was ist denn jetzt, äh, ausgerechnet astronomisch an einer Zeit, äh, an der Zeit? Also, das so zu erklären finde ich schon ein bisschen, äh, finde ich schon sehr, 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 äh, merkwürdig. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben hier ja den, äh, das Enzym und haben damit das Ganze auch gelöst jetzt, äh, das ganze Rätsel und können uns damit aufmachen zu Rätsel Nummer 1, beziehungsweise zu dem Rätsel mit dem Lösungswort. Und hier natürlich wieder mal, ähm, ja, versuche ich es erstmal ohne irgendwas zu sagen. Äh, oh weia, da sind aber auch fiese Sachen. Hm, 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 oh weia, ähm, okay, okay, ich habe hier einen Buchstaben schon mal, da habe ich den Buchstaben, ähm, Das habe ich jetzt auch. Hm, hm, wenn ich jetzt wüsste, was hier noch? Äh, aha, okay, okay, ja, 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 die, die drei habe ich jetzt auch. Ähm, was war nochmal die zwei, wo war die zwei, da war die zwei, okay. Mhm, 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 mhm. Puh, äh, dann brauche ich jetzt mal hier, ähm, das. Ja, äh, äh, ähm, hm, hm. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher Aber trotzdem Also wir haben Ich gehe mal die Buchstaben durch, die ich gerade habe Beziehungsweise Moment, vielleicht finde ich ja noch was Ah, okay Ja, okay Ich glaube Gehen wir mal die Buchstaben durch Und danach kommt das Lösungswort Wahrscheinlich Also das hier ist ein P Das hier ist ein R Das ist ein O Das ist ein T Das ist auch ein T Das ist ein E Moment mal Und tatsächlich Also Das ist ja jetzt natürlich Gucken wir erst mal Vielleicht kann ich noch mehr schnell was Okay, ja Also ich bin mir ziemlich sicher Also die 4 ist auf jeden Fall schon mal ein T So 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 Ja Äh, äh, ähm Oh, oh, oh Leute Oh, oh, oh Das Als Informatiker finde ich gerade eine Sache richtig, richtig fies Darf eigentlich nicht sein Eine Softwareaktualisierung, äh, so zu bezeichnen ist schon Das, nee, nee Das, 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 das würde ich als Informatiker nicht gut heißen Und zwar Passt mal auf Hier kommt angeblich das Wort Upgrade rein Und, äh, Leute Ein Upgrade ist etwas, äh, das, ähm Das, bei dem etwas wirklich, äh, signifikant verbessert wird Eine Softwareaktualisierung ist aber meistens nicht signifikant Und ein Upgrade würde ich sogar in der IT eher benutzen für Hardwareaktualisierungen Das ist ein Upgrade eher Ähm, was hier eigentlich hätte drinstehen müssen ist ein Update Also Vorsicht sowas Vorsicht mit sowas Äh, ich, ich würde am liebsten wirklich mal gerne Den, der das, äh, äh, Rätsel hier immer macht Mal persönlich treffen Und ihm ein bisschen dabei helfen Dass er nicht Worte falsch verwendet Auch wenn das echt, also Ähm Ne, aber, aber Da fühle ich mich in meiner Informatiker-Ehre sehr, sehr, äh, gekränkt Nein, also, äh Kein Problem ist trotzdem okay Man hat's ja rausgefunden Ähm Also Eigentlich Eigentlich müsste hier was anderes als ein T stehen Weil, weil ich Gucken wir mal, ob das Ne, ist es auch nicht Chanukka ist nicht gemeint Das wär auch komisch Das wär auch komisch Äh, machen wir erstmal Krebs als Krustentier Genau, weil Deswegen kann Chanukka das nicht sein Äh Meerespflanze Äh Auf jeden Fall Ich hab immer noch keine Ahnung Also hier könnte ein K hinkommen Aber ich wüsste nicht Warum Äh Ähm In kleine Stücke zerfallen Bersten Ist, äh Viel zu Da sind viel zu viele Buchstaben noch offen Riechorgan Ist die Nase Geldinstitut Ist natürlich eine Bank Ähm Amerikanischer Frauenname Bert Eindeutig Eindeutig Machen wir erstmal den Apparat Gerät Es könnte immer noch Bert rauskommen Gefäßstütze Hm Ja Englisch für Jargon Ist natürlich der Slang Bürgerliches Gesetzbuch Braucht man eigentlich bloß abkürzen in BGB Und dann war's das schon Ähm Bierschaum Äh, ich kenn die Schaumkrone tatsächlich Aber das ist nicht gemeint Äh Eine Lektüre ist keine Lese Glaube ich Ähm Krankentage Ja Antriebsriemen Hm Halbton unter C Ähm Oh Halbton unter C Äh Ja Machen wir erstmal den E-Dama So Ich glaube hier ist Cess gemeint Weil wenn ich an den Halbton unter C denke Dann fällt mir einfach nur B ein Aber ja Kann man ja auch so beschreiben Ähm Also B ist gleich Cess Zum Beispiel Je nachdem wie die Tonleiter aussieht Ähm Antriebsriemen Tja Äh Kölner Popgruppe Näh Näh Sagt mir grad nix Abkürzung für Cent Weiß ich aber Der Bühnen Aufzug Meinen die jetzt auch wieder ein Set Nein Das ist was anderes Genau In Ordnung ist IOT Äh IO Eigentlich Ach ne Okay wollen die haben Die wollen Okay Ähm Meinen die hier ein Akt Die meinen ein Akt Blattgemüse Ja langsam müsste ich wissen Dass das der Salat ist Äh Ausruf könnte Aha oder Aua sein Und Aua ist es nicht Und tatsächlich beides nicht Hm Bla Ist kein Ausruf Machen wir erstmal mit Greg weiter Der Kurzform für Gregor Ähm Außerdem die Hautöffnung war die Pore Ich möchte hier am liebsten Sacken eintragen Aber das klappt gar nicht Ähm Herz Was Was könnte das Herz auf Lateinisch sein Ich überlege gerade Äh Also Ich weiß es in Äh Anderen Sprachen Ich weiß es heißt Heart In Englisch Ich weiß es ist Äh Corazon Ähm In In Spanisch Was ich sehr lustig finde Weil ähm Tatsächlich Das Pokémon Corazon Im Deutschen Ja dann im Grunde Das äh Eine Eine spanische Anspielung ist So äh Neben Fluss der Donau War die Isar Endlich mal was Was ich weiß Äh Was könnte denn Bell Nee Das ist nicht Hm Hm Beta Nein auch nicht Aber wenn ich das jetzt wüsste Ausgerechnet ein amerikanischer Frauenname Betsy Be- Hm Nee Keine Ahnung Bisher Also hier Versuchen wir es mal Ja es ist tatsächlich Cor Äh Cor Wie auch immer man das In Latein damals Ausgesprochen hat Ich habe keine Ahnung Ähm Es würde immer noch so So nach Sacken Aussehen Aber Nein nein Saugen Ähm Hm Vor allem weil hier ja noch irgendwo was mit Äh Rein muss Ähm Ich weiß es noch nicht Ach Gott ey Aha war ja nicht Haa Nein Jaa Ne ne Äh Wie wäre es mit Hä Ach ne Klappt ja auch nicht Weil das Eier da unten ist Machen wir doch mal dann erst mal locken Anstatt ködern Soße Soße Könnte auch ein Dip hier in dem Fall sein Muss es ja dann Denn äh Der Imbiss Das hatten wir ja noch gar nicht äh Geklärt Ist der Happen Hi Happen Ho haha Ähm Kurzform von Josef Jupp Äh Jupp Moment Wat Sepp Tja Wir sollten mal Wir sollten mal jemandem von Äh Pete Smith Äh Sagen Dass ähm Dass er sich nicht mehr Sepp nennen darf Weil er Weil er Sebastian heißt und nicht äh Josef So Ähm Oh Gott Althochdeutscher Frauenname Also das hier ist erst mal Der Flip Ja dann wird das wahrscheinlich Kala sein Ja genau Und EFH ist das Einfamilienhaus Na wer hätte das gedacht Dann sind wir auf der Seite Schon mal ganz gut weg Ähm Bierschaum Ist die Blume Ja Dann war das vielleicht das Schaumkrone Gibt es trotzdem Genau Ähm Ja die Lektüre ist dann wohl ein Buch Himmels Willen Äh So Antriebs Äh Kölner Das ist nicht Bäm Das ist Was ist denn das B A Bap Bap War es Antriebsriemen Ist nicht die Pest Glaub ich Peso Echt jetzt Pest Nein Pest ist es wirklich nicht Pese Pese Oh Gott Das kenne ich üblicherweise als Beleidigung Äh Bahre Krankentage Bahre Altes Wort wahrscheinlich Äh Oder wenn nicht Dann äh Mir trotzdem nicht so bekannt Sorry sorry Saugen Ich hab jetzt endlich saugen Ja Meerespflanze Ist das Seegras Ja 50% See 50% Gras Ähm Bröckeln Bröckeln Ist hier gemeint Jetzt hab ich's auch raus Äh Die Gefäßstütze Ist der Stent Ähm Hm Betz Betz Ist nicht gemeint Nee 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 Benz Auch nicht Äh Bebs Nein Ich frag mich gerade Was für Frauen die meinen Namen die meinen Bees Nee Bees Beas Nein Bees Nein Nein Niemals Also Tatsächlich Äh Ich geh jetzt einfach mal Buchstaben durch Und gucke Bees Die meinen Bees Oh Gott Nee Oha Ich hab das gefunden Und jetzt fehlen mir nur noch Äh Zwei Buchstabe Ich hab keine Ahnung Ähm Potent Nee Moment Das N ist Das N wird mir jetzt als falsch angezeigt Äh Hab ich schon wieder Äh Protest Hussa Äh Hassa Ja Ja Okay Das Ich hätte vielleicht drauf kommen können Protest Lösungswort Ja Ja Ihr werdet ihr wahrscheinlich seit Minuten gedacht haben Boah Das ist doch so einfach Das ist wie mit dem Blickfeld und dem Klickfeld Manchmal kommt man erst drauf Wenn man so alle Buchstaben mal sich wirklich genau anguckt Und die da einsetzt Natürlich Der Protest Ah Ja Jetzt ist nur noch die Frage Wie heißt denn das eigentlich Ich hassa Fasser Wasser 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 Nasser Ähm Ich würde auf jeden Fall mal nachschlagen Wenn ich denn das rausgefunden habe Was es denn jetzt ist Passa 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 Äh Wollen wir doch mal schnell Äh Wupp Wupp So Ja Jetzt kann ich das mal schnell nachschlagen Ähm Okay Beginnt also Äh Also üblicherweise irgendwann so So Um Ostern rum Würde ich jetzt mal Fast schätzen Ähm Ähm Jüdisches Fest zum Auszug aus Ägypten Ah Okay 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 Ah oder Auch äh Pessach Äh Wie es aussieht Ähm Genannt Das Pessachfest Also Passa Pessach Äh Passa ohne H Gibt es auch Ähm Interessant Also sehr viele Schreibweisen Sehr sehr schlecht Äh Für ein Kreuzworträtsel Würde ich jetzt mal behaupten Aber ähm Ich glaube Ich glaube ich muss das mal so zu meiner Gewohnheit machen An den Kreuzworträtseln rumzumeckern Einfach nur weil ich zu blöd bin Manche Sachen äh Zu wissen Wie auch zum Beispiel den Protest Das ist meine Schuld Da hat auch niemand Äh Schuld der das Rätsel macht Ähm Wie ich nicht auf Protest gekommen bin Das ist Ja Schön schön Äh Wie lange hat es denn eigentlich heute so gedauert Na wir sind Relativ gut durchgekommen Also die 20 Minuten sind mal wieder Äh Gut und gerne eingehalten worden Ja auf jeden Fall das Pessachfest Äh Merkt euch das Merkt euch das Es könnte jederzeit wieder drankommen Wird abgefragt Ansonsten War denn sonst Irgendwas schönes dabei Ich guck grad nochmal Der Stent Naja Das ist halt was Was man Gegebenenfalls Was Ärzte einem auch Äh Legen können Ähm Seegras Werde ich wahrscheinlich nicht Äh Extra noch Der Eierflip Vermutlich auch noch relativ Halbwegs bekannt Unter den Leuten die sich mit Alkohol auskennen Also eigentlich bei mir nicht Ähm Ja Dementsprechend das Video ist wieder vorbei Und äh Es war mir wieder ein Vergnügen An manchen Worten zu verzweifeln Mehr oder weniger Ach das Upgrade Das regt mich immer noch auf Nein Ähm Also bis zum nächsten Mal Und ähm Ja Falls ihr irgendwo mal Weiß ich nicht So das eine oder andere Äh Rätsel Kreuzwort Rätsel Findet bei euch in der Umgebung Im Briefkasten oder so Dann äh Wisst ihr ja Bescheid Wie man es auch lösen kann Zumindest was das äh Wort am Äh Das das Lösungswort angeht Ähm Ja Es hat ewig gedauert Also ich glaube Ihr habt diesmal schneller Das Lösungswort gehabt als ich Weil ich bis zum Ende Nicht auf Protest gekommen bin Ah Okay Tschüss Bis zum nächsten Mal